Acht Stunden und 33 Minuten Online-Vorlesung. Ich kann nicht mehr. Und wie war dein Tag so? Ich war halt bei Johanna. Cool. Wie war's? Hey. Hey. Ja. Das haben wir doch zusammen gemacht. Oh. Ich habe da nichts von hier. Echt? Ich habe das Parallel-Tropon-Löse im Residium. Ein neues Land ist gut. Ich hatte einen guten Tag. Ich hatte einen guten Tag. Ich hatte einen guten Tag. Und ich glaube, sie auch. War das da, als ihr euch geschminkt habt? Das war an dem Tag, an dem sie uns. Das war an dem Tag, an dem sie uns... Vielen Dank.